So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, der, sag ich jetzt mal, Mario Kart 8 Deluxe Talk Videos. Ähm ja, das Thema wird wahrscheinlich schon im Titel stehen, deswegen möchte ich jetzt gar nicht lange drum herum reden, so. Das Thema des Videos ist das neue Kanal-Maskottchen. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, im Titel, ähm, ja, wobei nicht im Titel. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, einfach im Thumbnail, ähm, auf dem Kanal, also auf dem Kanal-Profil-Bild einfach. Oder halt, keine Ahnung, vielleicht auch im Kanal-Bahn und so, ja. Also ihr werdet es wahrscheinlich einfach gesehen haben, so. Ähm, ja, ich hab jetzt nach zwei Jahren das Kanal-Maskottchen einfach geändert, so. Also es ist jetzt nicht mehr mein Minecraft-Skin, sondern es ist jetzt diese rote Katze da, mit diesen blauen Teilen am Schwanz. Ganz kurz, für die Leute, die die Katze nicht kennen. Das ist Jibanyan aus, äh, Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch ist, ähm, für die, die das halt auch nicht kennen. Ist halt einfach eine Serie, die halt Pokémon ziemlich ähnelt, so wie die meisten halt einfach sagen, so. Ich find's aber auch relativ ähnlich, muss ich sagen, und ich hab die Serie geguckt. Ich war ja die, äh, immer noch abnormal. Und, ja, hab jetzt halt einfach nach zwei Jahren so das Maskottchen geändert. Ich find's, Jibanyan passt auch irgendwie so zum Kanal. Also, keine Ahnung, zumindest zu mir einfach. Ich hab auch, ähm, gleich einfach alles so drumherum gemacht, einfach so. Also ich hab nicht nur das Kanal-Profil-Bild geändert, sondern auch grad Banner und Instagram auch noch und, ja. Und, ja, wegen dieser Kanal-Banner-Sache, ich werd jetzt hier einfach kurz mal so ein Bild einblenden, ähm, weil es ist ja folgendermaßen, wenn man einen Kanal-Banner macht, dann sieht's nicht überall gleich aus. Also, bedeutet, man hat einfach ein Bild und es wird einfach ein Teil von dem Bild für eine Plattform halt ausgewählt. Also, jetzt in dem Beispiel, zum Beispiel Handy oder PC. Also, bedeutet, PC und Handy, YouTube-Nutzer, die sehen nicht das ganze Bild. Jemand, der aber zum Beispiel im TV-Modi guckt oder halt zumindest auf dem Fernseher, der sieht dann halt das ganze Bild. Und, ja, ich zeig jetzt einfach mal kurz das erste Bild. Also, das hätte eigentlich so, ja, das Kanal-Banner sein sollen, so. Bis ich dann gemerkt hab, fuck, das passt überhaupt nicht, äh, überall mit diesen Maßen. Halt für Handy, PC und so Zeug. Das sieht dann halt einfach nur scheiß aus, bis halt für die Leute auf dem Fernseher. Und deswegen hab ich dann einfach nochmal eins gemacht. Mehr oder weniger ähnlich, also, es war einfach an dem orientiert. Hat paar kleine einzelne Abänderungen und so. Und ich glaub, ich werd's auch nochmal ändern. Also, ich glaub, ich werd zum Beispiel auch nochmal den Kontrast oder so erhöhen. Also, dass das Rot einfach ein bisschen knalliger ist. Oder das Blau halt. Aber, ja, das ist jetzt mal Nebensache. Und, ja, das Bild hab ich jetzt einfach heute gemacht, weil ich, ähm, eigentlich, ähm, heute zwei Videos bringen wollt. Je nachdem sogar drei. Seitlich kam ja dann aber auch was dazwischen. Bedeutet, ich konnt's dann einfach nicht machen. Und hab dann halt unterwegs halt einfach auf dem Laptop ein bisschen so gearbeitet. Beziehungsweise einfach diese Kanal-Sachen da gemacht. Und, ja, ich bin jetzt nicht relativ zufrieden mit dem Ergebnis, das jetzt ist auch so. Ich find das war eigentlich ganz geil so. Deswegen, ja. Lasst mich da gerne eure Meinung wissen. Und, ja, wegen den Videos möchte ich auch noch kurz was sagen. Es wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass ich versuche, in der nächsten Woche halt zu machen. Wann, wo und so genau, weiß ich halt auch nicht, weil ich halt die nächste Woche auch ziemlich verplant bin. Und, ja, was ich jetzt einfach kurz noch sagen wollte, ist halt, das war eigentlich für ein anderes Video geplant. Das schiebe ich jetzt einfach mal so kurz rein. Ist, ähm, vielen, vielen Dank für die 100 Abonnenten. Ich werd das dann noch im nächsten Video nochmal, ähm, sagen. Und das aus folgendem Grund, weil eigentlich heute ein anderes Video hätte kommen sollen. Aber ich's zeitlich gesehen einfach nicht mehr schaff. Weil das andere einfach auch viel mehr Videomaterial ist, was ich, ähm, halt angucken muss. Und, ja, deswegen mach ich jetzt grad dieses Video. Und, ja, wird dann nächste Woche kommen. Also ihr werdet wahrscheinlich jetzt den nächsten... Ja, also ihr werdet einfach nächstes Video noch einmal Danke für die 100 Abonnenten und so hören. Ich werd jetzt einfach in diesem Video auch noch kurz gesagt haben, weil... Ja, ich wollt's eigentlich sagen, sobald ich das einfach erreicht hab und das ist halt jetzt das erste Video, nachdem man's erreicht hat. Weiteres dann halt im nächsten Video so. Und, ja, wie gesagt, also ich bin nächste Woche halt, beziehungsweise in dieser Woche jetzt halt, ja, recht viel unterwegs, sag ich mal. Oder halt nicht wirklich, ähm, ja, nicht wirklich in der Lage, keine Ahnung, viele Videos zu machen oder viel Zeit zu haben. Deswegen kann es halt sein, hab ich grad ernsthaft die Blushalt für den ersten abgefangen. Ähm, ja, deswegen kann es halt sein, dass das, ähm, Video, was für heute geplant war, nicht morgen kommen wird, nicht am Dienstag kommen wird. Sondern vielleicht halt gegen Ende nächster Woche so. Weil ich bin jetzt halt die nächste Woche halt die ersten drei Tage weg zum Beispiel. Viert nicht, aber am fünften komm ich dann halt auch nicht, ähm, dazu irgendwas zu machen. Und, ja, muss ich einfach noch gucken. Aber das Video wird auf jeden Fall noch kommen. Und, ja, das war's eigentlich so von meiner Seite aus. Also, ich wollte jetzt einfach das mit dem Kanalmaskottchen so erwähnen. Und das halt jetzt mit den Videos. Ah, noch was, ähm, was an sich mega geil ist mit dem neuen Kanalmaskottchen. Und zwar kann ich jetzt so Sachen machen. So, an und nicht willkommen zu einer weiteren Folge Das und Das. Und hier geht's dann weiter zum nächsten Video. Und hier könnt ihr ein Abo da lassen. Ja, so Sachen kann ich jetzt halt einfach machen. Und, ja, ansonsten hoffe ich, dass wir dir gefallen. Falls ihr ja, lasst gerne ein Like da, falls euch der Kanal gefällt. Lasst gerne ein Abo da. Ansonsten, macht's gut, bis dann. Ciao!